Der HSV hat den Abgang von Mittelfeld-Motor Sonny Kittel bekannt gegeben. Der 30-Jährige kam in vier Jahren auf insgesamt 140 Spieleinsätze und erzielte 36 Tore. Als Nachfolger wird derzeit Immanuel Ferrai von Eintracht Braunschweig gehandelt. Auch beim FC St. Pauli stehen die Zeichen auf Abschied. Innenverteidiger Betim Fassli verlässt die Kiezkicker nach nur einer Saison und kehrt zum FC St. Gallen zurück. Der 24-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom Schweizer Erstligisten gekommen, konnte sich am Millern-Tor jedoch nicht durchsetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017